So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO. Wir haben heute wieder was ganz besonderes für mich vorbereitet. Nicht für euch diesmal, aber für mich. Und zwar hat der Hannes mich auf eine Idee gebracht. Seit geraumer Zeit gibt es ja jetzt dieses Feature mit den Empfehlungen, mit dem Empfehlungs-Code. Ich fand das ein bisschen nervig die ganze Zeit, weil überall wo du hingegangen bist, früher die Leute kamen an und haben einfach ihren Trainer-Code in den Chat gesbammt und dann immer gleich 10, 20 Mal untereinander hin und her den Trainer-Code. Das ging die ganze Zeit. Trainer-Code hin, Trainer-Code her, bam, 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 bam. Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn man wirklich mal seinen Trainer-Code postet. Manche fragen auch höflich natürlich, hey, darf ich meinen Trainer-Code vielleicht hier posten? Ich suche noch Freunde. Ich sage jedes Mal, kein Problem, Dicker. Schreibe aber am besten irgendeinen netten Text dazu, damit das ein bisschen schöner aussieht. Die Leute merken, ach, guck mal, der ist ganz nett. Aber wer wirklich wild reinkommt und einfach nur 50 Mal seinen Code reinklatscht und wieder abhaut, das führt meistens nicht zum Erfolg. Dann gab es ja die Empfehlungscode, das Empfehlungs-Feature. Die Leute haben gesagt, geil, geil, ober Arsch auf ein Geil. Und ich habe gesagt, was bringt mir das jetzt? Im Endeffekt geht es ja darum, dass du neue Leute animieren sollst, Pokémon Go zu spielen. Oder Leute, die Pokémon Go gespielt haben, schon einen Account haben und seit 90 Tagen lang nicht mehr im Spiel waren, nicht mehr gespielt haben, dass die vielleicht zurückfinden. Es würde mir also nichts bringen, wenn ich jetzt aktiv spiele, aktive Freunde habe und meinen Empfehlungs-Code aktiven Leuten gebe. Die können damit nichts anfangen. Der Bildschirm, wo ihr den eingebt, der erscheint nämlich nur, wenn ihr ganz neu euch einen Account macht, dann könnt ihr den eingeben, ob ihr vielleicht von jemandem empfehlen wurdet. Oder wenn ihr nach 90 Tagen, wie gesagt, zurück ins Spiel geht und dann könnt ihr den auch eingeben. Viele checken das natürlich nicht. Und anstatt die Trainer-Codes rumzuspammen, spammen die Leute jetzt mit ihren Empfehlungscodes rum. Hier mein Empfehlungscode, mein Empfehlungscode, mein Empfehlungscode. Und dann wird der einfach überall gepostet. Bei aktiven Leuten, die aktiv spielen, die aktiv was machen. Es bringt nichts, wenn ich jetzt den Empfehlungscode von Hans Günder aus dem Chat eingebe und der eine Anfrage kriegt. Ich habe kein Feld, um den einzugeben, oder? Normalerweise hast du hier oben ja immer das mit dem hinzufügen. Da fügst du normale Freunde hinzu, dass sie das empfehlen. Aber ich kann hier nichts eingeben. Warum kann ich nichts eingeben? Ich kann nichts eingeben. Ich habe ja keinen neuen Account. Ich kann nichts eingeben, weil ich ja nicht seit mehr als 90 Tagen nicht gespielt habe. Das heißt, es bringt nichts, dass ihr immer den Leuten das versucht aufzuschwatzen. Andersrum, wie hat es denn Schilling gemacht? Das ist nämlich das eigentliche Thema. Schilling hat, als die Erweiterung kam mit den Freunden, wurde mir so gesagt, als die Erweiterung kam mit den Freunden, hat gesagt, okay, mein Trainercode ist eh geheim. Ich habe jetzt 200 Platz. Von 200 auf 400 habe ich 200 Platz. Ich poste jetzt nicht meinen Trainercode, so wie es der Ramses macht. Ich poste meinen Empfehlungscode. Und viele Leute, die seit 90 Tagen nicht mehr gespielt haben, haben die Möglichkeit gesehen, was? Ich habe jetzt die Möglichkeit, beim Schilling in die Liste zu kommen? Dafür fange ich gerne wieder Pokémon Go an. Obwohl ich eigentlich nicht glaube, dass Leute, die seit 90 Tagen kein Pokémon Go mehr spielen, regelmäßig Pokémon Go Videos und News gucken. Ich denke mal eher, viele Leute werden gesagt haben, was, der Schilling hat einen Empfehlungscode? Da mache ich mir mal fix einen zweiten Account und edit den. Gebe ich gerne zurück. Bin ich wenigstens mit dem zweiten Account vielleicht in der Freundschaftsliste und sonst was? Also keine Ahnung. Hat ihn natürlich gepusht. Empfehlungscode hin. Back. Medaille voll. Äh, Batsch. Medaille voll. Ich bin nicht Schilling. Ich habe nicht die Reichweite. Ich habe gar nichts. Aber was ich habe, was ich so empfinde jedes Mal ist, ich habe eine trotzdem starke Community, die gut zusammenhält, die hilft und die gerne bereit ist, auch was zurückzugeben. Und mich nervt diese Medaille jetzt schon. Also, der normale Spieler müsste sich also 50 Fake-Accounts machen, 50 Zweite-Accounts oder so, damit er diese Medaille auf Gold kriegt. Ich glaube, Gold gibt es nur. Es gibt keinen Pladin. Wir können ja mal kurz dann schauen. Denn als der Hannes gestern mich angeschrieben hat, Hannes hat mich gestern angeschrieben, Hannes hat gestern gesagt, ey Ramsus, ich bin der Hannes. So hat das Gespräch angefangen, genau. Moment, ich muss einfach mal kurz die Medaille zu. Sonst blicke ich hier gar nicht mehr durch. So, 10. Ah, es gibt doch Pladin. Nein. Ein Trainer bringt die Bronze-Medaille. 10 gibt es für Silber. 20 gibt es für Gold. Und 50 gibt es für Platin. 50 Leute, die die Möglichkeit haben, den Empfehlungs-Code einzugeben, wird denn reichen, um die Medaille auf Platin zu bekommen. 50 Leute, die jetzt einen alten Account rausholen oder 50 Leute, die sagen, Ach komm, ich habe eh nur einen Account. Ich erstelle mir einfach jetzt einen zweiten und adde den Code, ne, und dann, also gebe den Empfehlungs-Code ein. Ich will hier nicht betteln und sonst was. Wer das macht, wer da helfen möchte, der kann das gerne machen. Ähm, wie gesagt, ich halte von der Medaille jetzt nicht so viel. Trotzdem wäre es schön, wenn die, äh, ausgefüllt ist im Profil. Deswegen blende ich einfach hunderttausendmal diesen schäbigen Empfehlungs-Code hier ein. Werde den Empfehlungs-Code bei diesem Video auch drunter schreiben, denn der Hannes hat mir gezeigt, eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Es ist eigentlich alles ganz einfach. Hannes hat sich nämlich einen, man kann nicht sagen, einen zweiten Account gemacht. Hannes hat sich einen, er hat, glaube ich, ist ja dann vierter Account. Er hat sich noch einen neuen Account gemacht gehabt und hat gefragt, ob ich ihm mal meinen, äh, Empfehlungs-Code geben kann. Er wollte das auch mal ausprobieren. Habe ich gemacht. Er hat mir das gezeigt. Wenn er sich anmelden will, beim Spiel, steht natürlich da, guten Tag Trainer, gleich kannst du deine Reise beginnen. Hast du einen Empfehlungs-Code? Hat dich also jemand hierher gebracht. Er hat meinen Empfehlungs-Code eingegeben. In dem Moment hat er, äh, ein paar Bonus-Items bekommen. Konnte die Reise starten. Ich bin in mein Spiel reingegangen. Und bam, ist die Medaille aufgeploppt, die ihr hier seht. Glückwunsch, du hast eine Medaille verdient. Empfiehl einen Trainer. Ich habe im Prinzip noch gar nichts gemacht. Er hat nur meinen Code eingegeben beim Start. Und bam, habe ich die Medaille bekommen. Ich habe nicht mal Platz gehabt in der Freundschaftsliste oder irgendwas. Es hat dadurch natürlich eine Freundschaftsanfrage geschickt. Die ist jetzt noch drin. Die ist jetzt noch offen. Mal gucken, wenn keine anderen Leute geschickt haben, steht er nämlich, genau, hier oben. Ramdusch 4, das ist sein Account. Mit dem Account hat er gestern, den hat er erstellt. Da hat er, den Account hat er erstellt, da hat er den Code eingegeben und dann stand er einfach hier. Und ich musste den nicht mal annehmen, den Account, um ihn in die Freundschaftsliste reinzupacken. Ich musste gar nichts machen eigentlich. Er hat einen Account erstellt, er hat den Code eingegeben und dadurch habe ich einen Zähler auf dieser Medaille bekommen. Wenn 50 Leute dasselbe machen, dann ist die auf Platin. So. Ist das jetzt eine sinnvolle Medaille? Wo man sagt, man hat viel für das Spiel gemacht und man hat mit glänzender Leistung sich das erarbeitet? Oder ist das dann einfach Ausnutzen von Reichweite, dass man sagt, hey Leute, wenn ihr mich lieb habt, dann erstellt ihr euch jetzt alle den zweiten Account und tut mal den Empfehlungscode eingeben. Also ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ein paar Leute das machen würden. Heute ist Samstag, heute ist das Freundschaftsevent von 11 bis 14 Uhr. Heute werde ich nicht streamen. Ich habe auch abstimmen lassen, was ihr wollt. 11 bis 14 Uhr streamen, wo wir halt dann chillen und labern. Ich aber nicht wirklich effektiv spielen kann, weil ich meistens das Gotcha laufen lasse. Oder soll ich die drei Stunden schön EP farmen für mich und richtig reinhauen. Und die meisten Leute, die Mehrheit, das war sehr überwältigend, haben gesagt, Ramses, Spiel für dich. Wir kommen alleine klar, gönn dir, zieh richtig durch. Und wenn ich schon sehe, intern in der Community, die Leute sind so gut drauf, die wollen einem nur das Beste. Vielleicht schaffen wir es ja, dass 50 Leute, beziehungsweise nur noch 49 Leute, dass 49 Leute sich entweder einen zweiten Account anlegen, extra für diese Aktion, um das einzugeben. Die müssen den ja noch nicht mal bespielen. Die müssen nichts damit machen. Einfach nur Account, Code, zack, Mission abgeschlossen. Oder jemanden kennen, wo sie dann sagen können, ey Bruder, magst du vielleicht bei Pokémon hier und wär so, das wär voll cool und so, Ramses freut sich, aber bei anderen könntet ihr es natürlich dann ja für euch nutzen. Das ist euch überlassen. Ich will nur mal gucken, Schilling hat das gemacht. Schilling hat direkt, äh, die Pladin-Medaille gehabt. Mal gucken, was kann der Ramses erreichen? Ramses, die kleine Wurst, ne? Schafft er das vielleicht auch? Mit einem kleinen Aufruf, wo er sagt, das ist der Empfehlungscode. Bisher habe ich mich zurückgehalten, jetzt habe ich durch den Hannes gesehen, das ist ja ganz anders. Äh, du musst dann nicht 50 Plätze in der Liste haben, du musst nicht 50 Leute annehmen, gerade wer da so ein zweit, dritt, viert, fünft Account hat, wer weiß, ob die den aktiv bespielen, gehe ich nicht mal wirklich davon aus. Klar, wenn ich die Leute nicht annehme, kriege ich auch den Bonus nicht, die einzelnen Stufen, wenn die auf ihrem neuen Account dann irgendein Ziel erreichen, aber mir geht es nicht um die Belohnungen, mir geht es nicht um die Items, mir geht es, äh, eigentlich nur, um diese blöde Medaille, wer also Bock hat, und wir gucken, ob wir diese Medaille pushen können, heute ist Samstag, vielleicht haben wir es bis Montag, voll, vielleicht gab es bis Montag, so viele krasse Leute, die da mitgemacht haben, muss man das auch mal ausnutzen, dass man ein paar Leute hat, die korrekt drauf sind, und sagen, yo, das mache ich doch, kein Thema, ähm, trotzdem werde ich jeden Abend aussortieren, wenn ich inaktive Freunde habe, und wenn ich jetzt sehe, okay, ich habe jetzt ein paar Plätze frei, dann würde ich auch, einen Ramdusch 4, zum Beispiel, annehmen, ich hätte den gestern Abend angenommen, wenn er mit seinem Account dann nicht aktiv spielt, und ich merke das, kann ich den ja jederzeit rausnehmen, aber, wenn die sich schon einen Account machen, wirklich dafür, dann kann man ja die Leute auch versuchen, mit rein zu nehmen, es ist halt nur immer ein bisschen kompliziert, ich habe die 399 voll, ich kann immer nur, wenn ich einen rauswerfe, einen neuen annehmen, gestern war leider keiner dabei, der inaktiv war, deswegen konnte ich noch keinen annehmen, aber, wenn ihr jetzt Sachen macht, ihr könnt ja mal unter das Video schreiben, falls ihr einen neuen Account macht, und den Empfehlungscode genutzt habt, dann könnt ihr euren Trainernamen, von diesem Account, ja mal unten drunter schreiben, damit ich dann sehe, wenn da Freundschaftsanfragen kommen, von solchen Leuten, wer das ist, und wenn ich mal wieder annehme, dass ich vielleicht in nächster Zeit, ein paar Leute annehme, die geholfen haben, diese Medaille zu pushen, selbst wenn wir nur den ersten Schritt mitnehmen, die erste Stufe oder irgendwas, vollkommen egal, gibt es halt nochmal extra EP obendrauf, kann man leider glaube ich natürlich nicht nachvollziehen, ob das eine normale Freundschaftsanfrage ist, oder eben eine, über die Empfehlung, trotzdem, zeige ich nochmal den Empfehlungscode, lese ihn auch kurz vor, das ist XV764MCF9, den poste ich auch in die Beschreibung, wenn ihr helfen wollt, wenn ihr mir zeigt, ich bin zwar kein Schilling, aber Ramses reicht auch zu sein, dann könnt ihr den mal eingeben, das war es eigentlich schon von meiner Seite aus, ich wünsche euch viel Spaß beim Freundschaftstag, beim Freundschaftsevent, nutzt die drei Stunden aus, dreifach EP mit Glücksei, sechsfach EP, und schließt die Collection Challenge ab, holt euch die 175.000 Erfahrungspunkte, einmalig, auch mit Glücksei am besten natürlich, tradet ein paar Pokémon, die können bis 17 Uhr, ist die Lucky Chance noch erhöht, und morgen am Sonntag, machen wir glaube ich von 11 bis 15 Uhr, 11 bis 16 Uhr nochmal, Dimiteros Raids für Zuschauer zum Abschied, bevor am Mittwoch dann Dimiteros, Voldolos und der andere Hans, Boreos, in der Inkarnationsform auf den Wolken wiederkommen, das war es von meiner Seite aus, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.